Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Hamarama Crew. Ja, willkommen zu einer neuen Eventvorstellung, nämlich Wirtshaus Salzbeck. Das Event beinhaltet insgesamt 5 Quests, die immer am Wochenende im Mai starten werden. Die erste Quest startet am 1.05. um 14 Uhr und endet dann am 3.05. um 22 Uhr und verfügbar ab Level Nummer 3, aber man benötigt bei Hamarama, sonst kann man das Event nicht spielen. Eventpflanze haben wir die Hawaii-Blüte, die alle 7 Stunden 70 EP auf einem Einerfeld bringt und diese Pflanze, die kann man jetzt nur auf dem Regenwald anbauen und man benötigt für die Quest insgesamt 3.246 Stück Umtauschwert, 6 Moos, Penny und 5 Tropen EP, wenn dann das Event vorbei ist pro Pflanze. Den Eventkorb gibt es natürlich auch. Einen, also pro Quest gibt es immer einen für 4,99 Euro. Der erste Korb beinhaltet 1000 Eventpflanzen, 20 Superdünger und 20 Susi-Superdünger und ein Tropen EP Erntebonus S, also 100% mehr EP. Dann haben wir hier die erste Quest. Es sind insgesamt drei Aufgaben mit jeweils drei Stufen und man muss nur Hawaii-Blüten abgeben. Da gibt es gleich zu Beginn den ersten Sticker, ja, Sticker Nummer 1, das heißt es gibt mehrere. Moos, Penny, Tropen EP, alles mögliche dabei und was richtig krass ist, Tropen EP mal Level. Das heißt, hier geht schon in Tausender Bereich, ja, da kommen schon einige EP zusammen. Auf jeden Fall gibt es hier ein Tigergehege, später gibt es dann sogar ein Tigergehege 1 Gelb, nämlich in der dritten Stufe von Aufgabe 2. Und hier hinten gibt es natürlich noch mehr Tropen EP und dann haben wir noch einen Rätselbaum, Quest Sillo, goldene Bananen sind auch dabei und Säbelrassler Upgrade. Was ich jetzt vergessen habe, dass Säbelrassler Item, das bekommt er zum Start gebucht. Und bei den Questen, also pro Quest, gibt es dann ein Upgrade zu holen. Genau, dann machen wir weiter mit Quest Nummero 2, die am 8.05. um 14 Uhr startet und am 10.05. um 22 Uhr wieder endet. Und hier genau dasselbe, Level 3, aber man benötigt Bahamorama. Genau, Eventpflanze haben wir hier, Flötenschilf, alle 6 Stunden 60 EP auf dem Einerfeld. Und jetzt ist hier anders, die Eventpflanze kann man nur auf der Bahamorama Plantage oder auf dem Bahamorama Hauptacker quasi anbauen. Und man benötigt insgesamt 3684 Stück, Umtauschwert liegt bei 5 Moospenny und 8 Tropen EP. Hier haben wir ebenfalls einen Eventkorb mit 1000 Eventpflanzen, 20 Superdünger, 20 Susi Superdünger und wieder einen Erntebonus S. Hier muss man auch nur Flötenschilf abgeben. Eventsticker 2. Das heißt, wie gesagt, vorhin schon, pro Quest ein Sticker, dann Party-Tickets sind dabei und hier richtig geil ein Giraffengehege und dann hier wieder ein Giraffengehege 1 Gelb. Ich weiß nicht, warum sie da keine Orangenen raushauen, weil was bringt mir ein Gelbes Upgrade? Nur, dass es ein bisschen mehr EP bringt. Und hier wieder eine Menge, Menge, Menge an EPs. Noch mehr EPs und noch mehr Moospenny. Und hier ein weiteres Item Upgrade. Farmteiler sind auch dabei. Und auch hier wieder ein Tiki-Rätselstall mit Hopen. Dann haben wir die Quest Nr. 3. 15.05. 14 Uhr bis zum 17.05. 22 Uhr. Und hier genau dasselbe wie vorher. Hier ist jetzt aber was anderes, denn es gibt keine Eventpflanze, sondern einen Eventdrup. Nämlich die offene Kokosnuss, die man natürlich auch an den Nachbarn verschicken kann. Oder auch im Farmerstatter erwärmen kann. Der Drup kommt nur aus dem Bahamarama-Hauptacker oder Plantage, je nachdem wie er das nennt. Druckt aus Bäumen, Pflanzen, Ställen und Werkstuben. Insgesamt benötigt man 292 Stück. Das heißt, ich bin mal gespannt, wie die Dropschance so ist. Weil wenn man über Nacht eine lange Pflanze anpflanzt, kommen ja normalerweise jetzt so 100 bis 200 Drup raus. Also es kommt halt auch mal auf das Event drauf an. Ich bin gespannt, wie die Dropschance ist. Also wenn man denn Hobies hat. Bei mir ist es jetzt so. Ich bin gespannt. Dann, wie gesagt, kann man es auch im Farmerstatter erwerben. Eine Kokosnuss kostet 2 Tulp-Bullen, 50,85. 100 Stück kosten 150 Tulp-Gullen und 200 Stück kosten 270 Tulp-Gullen. Und dann haben wir noch den Eventkorb, ebenfalls für 5 Euro. Enthält 200 offene Kokosnüsse und wieder einen Erntebonus S. Dann haben wir die dritte Quest. Nur Kokosnüsse abgeben. Eventsticker 3, Löwengehege und Löwengehege gelb. Und wieder einen Haufen EP. Das ist sogar immer dieselbe Anzahl an EP, die man bekommt. Nur, dass halt die Nebenpreise, so wie diese ganzen Düngerarten und sowas, Farmtaler. Das ist immer anders. Aber sonst ist es eigentlich immer ein und dasselbe. Tiggerätselbaum Impalila. Also diese Namen, die sind echt Wahnsinn. Dann haben wir die vierte Quest, die dann am 22.05. um 14 Uhr startet. Und am 24.05. um 22 Uhr endet. Wieder das Ergelt wie vorher. Eventpflanze Totem Gänseblümchen. Und ich muss sagen, diese Eventpflanze sieht echt richtig, richtig geil aus. Dauert fünf Stunden, bringt dann 50 EP auf einem Einerfeld und kann man nur auf der Plantage anbauen. Gefordert werden 3817 Stück. Umtauschwert liegt bei vier Moospenny und sechs Truppen EP. Dann haben wir noch den Eventkorb für fünf Euro, tausend Totem Gänseblümchen, 20 Superdünger und Susi Superdünger. Und dann haben wir noch den Ernteponus S. Auch der Inhalt vom Eventkorb ist auch immer derselbe. Dann haben wir die Quest, Eventsticker 4, wieder ein Haufen EP, Farmthalasen dabei und jetzt gibt es hier ein Krokodilgehege und ein Krokodilgehege gelb. Dann haben wir die letzten drei Stufen. Gibt es einen Rätselstall in Palila, ne Rätselbaum. Ich glaube, da gab es nicht, gerade der vorher auch schon in Palila. Hm. Also man sieht schon, die Nebenpreise sind eigentlich immer derselben. Dann haben wir hier die letzte Quest, die dann am 29.05. startet und am 31.05. um 14 Uhr endet. Und hier ist jetzt was anderes, man benötigt Level 21, nämlich für die Zucht. Eventrupf ist der Fischkeks, den man auch an den Nachbarn verschicken kann. Aber, so wie es aussieht, nicht im Farmausstatter erwerben kann. Denn das ist auch nicht so ein Eventrup, der aus Pflanzen oder was weiß ich kommt, sondern man bekommt ihn beim Züchten. Insgesamt braucht man 91 Stück, das heißt, wir müssen 91 mal züchten. Das geht locker. Das sind dann 100, ich glaube, 2 muss man ja momentan super vor der Zahne. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Das sind dann 182 Superfutter. Das geht voll in Ordnung. Ich hoffe, ich habe ihn nicht verrechnet. Dann haben wir noch den letzten Eventkorb, der auch 5 Euro kostet. Und 40 Fischkekse, 20 Haifische, 20 Papageien und 25 Parfüm Deluxe. Sowie 50 Superfutter enthält. Dann haben wir noch die letzte Quest. Mit dem letzten Sticker. Boxen, roter Panagehi ist dabei. Und dann natürlich auch noch das gelbe Upgrade. Und wieder dieselbe Anzahl an EP. Dann haben wir die letzten drei Stufen. Und dann habe ich hier schon wieder Tiki-Rätselbaum in Palila. Hat sich nichts geändert. Event-Sticker. 5 Stück für jede Quest. Eine. Das sind sie. Äh, keine Ahnung. Sehen irgendwie alle gleich aus. Also zumindest die mit dem Krokodil. Aber naja. Dann haben wir das Item. Das ist das, was man direkt am 1.5. gebucht bekommt. Säbel Rassler Neuling. Das alle 22 Stunden 2500 EP bringt. Und das ist ein 1x1-Item. Kann man auf alle Flächen anbauen. Außer natürlich auf der Spielwiese. Und auf den Vollmondflächen. Dann haben wir die erste Stufe. Das ist dann der Lehrling. Das sind immer 22 Stunden. Bringt dann 3100 EP. Dann haben wir die zweite Stufe. Den Amateur. 3200 EP. Die dritte Stufe. Den Fortgeschrittener. 3300 EP. Und dann haben wir noch die letzten beiden. Den Profi und den Meister. Der Profi bringt 3400 EP. Und der Meister 3500 EP. Das ist das Item. 3500 EP. Bringt's am Schluss. Und es gibt nur diese 5 Sticker. Und dieses eine Upgrade-Item. Was dann am Schluss sage und schreibe 3500 EP bringt. Nicht mal irgendeine Box oder sonst was. Ne. Das bringt einfach nur 3500 EP. Das ist das wundervolle Event. Wirtshaus Salzspeck. 1 bis 5. Meiner Meinung nach das unnötigste Event. Was es seit langem gab. Wirklich. Ein Item, was 3500 EP bringt. Man muss dafür jede Woche immer dasselbe machen. Und es gibt immer dieselben Belohnungen. Immer dasselbe Prinzip. Ich find's wirklich dermaßen unnötig. Wirklich. Nichtsdestotrotz. Ich werde teilnehmen. Denn ich will das Item trotzdem haben. Ich find's ja schade, dass es wirklich nur eins gibt. Und am Schluss halt nur 3500 EP bringt. Mehr nicht. Wenn's jetzt noch irgendeine Box gebracht hätte. Dann hätte ich gesagt. Ja. Sinnvoll. Aber so. Eigentlich ein wirklich unnötiges Event. Aber ihr könnt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Dann würde ich sagen. War's das mit dieser Eventvorstellung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Mit Öl. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.